Die Früchse Berlin bleiben das einzige verlustpunktfreie Team der Handball-Bundesliga und setzten sich mit 14 Doppelpunkt-Null-Punkten an die Tabellenspitze. Gegen den TBV Lemke gelang den Hauptstädtern am Sonntag in der mit rund 9.000 Zuschauern fast vollbesetzten Max Schmeling-Hallem mit 36 Doppelpunkt 23, 17 Doppelpunkt 8, der siebte Sieg in Serie. Damit stellten die Früchse ihren Startrekord aus der Saison 2010-2011 ein und lösten die Rhein-Nika-Löwen an der Spitze ab. Die Gastgeber erlebten einen Traumstart und machten alles richtig. Schon nach 8 Minuten führten die Früchse beruhigend mit 6 Doppelpunkt 1. Überragend bei den Berlinern, der serbische Nationalspieler Petan Nenadik, der den Verein zum Saisonende in Richtung Ungarn zum dortigen Rekordmeister Westspring verlassen will. Der Starspieler traf als erfolgreichster Torschütze zehnmal. Früchse-Trainer Wilimir Pertkovic, ich bin heute richtig zufrieden. Hinten sorgten bei den Früchsen eine kompakte Abwehr und der starke Torhüter Silvio Heinevetter für Stabilität. Auf der anderen Seite wurde Piotr Wyss zur Mörski im Tor früh durch Peter Johannesson ersetzt. Trotzdem war Lemke chancenlos. Vier Tore betrug der geringste Rückstand des Tabellenzehnten. Früchse-Trainer Wilimir Pertkovic war voll des Lobes, ich bin heute richtig zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir die beste Leistung gezeigt, seit ich in Berlin bin. Von der Meisterschaft will man in den Berliner Reihen offiziell noch nicht sprechen. Nach den nächsten beiden Spielen gegen Hannover und Kiel machen wir eine Standortverstimmung, sagte Manager Bob Hanning bei Sky. Deutsche Presseagentur Minusquelle, www.berlinerzeitung.deweblink Copyright 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017